Sehr schöne Variante mit Wimmer auf links außen, dann mal Danner, dann mal Wimmer, die ist besser zu weit gedrittet. Zylinder! Beiner live, Beiner! Zylinder! Zylinder! Zimmer! Und Schussbar, tot! die 23 minuten immer wird nicht an und jetzt die kontermöglichkeit der schiedsrichter hatte nicht abseits geschehen bei dieser tormöglichkeit von sie für die kölner zu beginn der zweiten hälfte also vorbei die antwort von posten und auch immer am ball Neumann letzte Spielminute und Wimmer drei Mitspieler mit vorne Wimmer hat nochmal etwas zuzusetzen nach langer, langer Pause Simmer Simmer jetzt sperren ohne Ball und Wimmer mit dem Ball, niemand ist mitgegangen, Netzer kommt mit dem Ball mit dem Ball mit dem Ball